So, mit diesem Lachen geht's hier auch wieder weiter bei Dawn of War. Die Thorabies-Hoch-Ebene, glaube ich, heißt das Ding. Ähm, ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, warum ich hier jetzt mit Geschütztürmen absichere. Das hat den Grund, warum ich das mache, weil ich möchte gerne hier meine Maschinengrube hinbauen. Und dann möchte ich, dass hier alles von allen Seiten abgesichert ist. Und ich habe mir nochmal ein bisschen die, äh, Sound-Entstellung leise gemacht, weil ich auch sicher gehen möchte, dass auch der größte schwerhörige alte Sack, ähm, mich hier beim vollen Gefecht hört. So. Was macht das? Flammen einfach für den Nahkampf brauchen wir nicht. So, wir rüsten diese Raptoren erstmal aus und dann schicken wir die hier runter. und schauen wir mal nach, was hier so abgeht. Des Weiteren... ...möchte ich hier noch einen haben. Und ich lasse ein Regiment... ...und ich lasse ein Regiment an Chaos Space Marines hier, weil hier haben wir zwei schöne Eingänge, aus denen Necrons kommen können. Und, äh, ich bin mir sicher, dass hier irgendwann mal was kommt. Ich merke gerade, dass wir hier in einer rechten Sackgasse sitzen. Das hat... das ist mir gar nicht nur aufgefallen. Gut, dann können wir hier wirklich unseren, äh, Maschinenkult hinbauen. So, ihr verteidigt hier schön unsere Korn-Berserker. Sollten möglichst nicht, äh... Das ist das letzte Mal! Ja genau, die können wir hier zur Feindelung nicht schicken. Fassiert mich nicht! Die sind sowieso, äh, ziemlich aggro. Dann können die hier auch mal rumstehen. Ihr seht schon, dass die Maschinengruppe recht groß ist. Äh, wo können wir die hinstellen? Ich möchte hier, dass hier ein bisschen Platz ist, Leute. Fühl mal besser, wie du jetzt langsam abbrichst, Kumpel. Oh, Pariahs. Aber auch Pariahs sind nicht so wirklich, äh, Problemzonen. So, ihr dürft hier rumstehen. Während sich unser guter Raptoren-Champion wieder zurückzieht. Du hast deine Aufgabe erledigt. So, hier rüsten wir auch wieder auf. Und vielleicht sollte ich mal ein paar Horrors bauen. Das Coole an dem unheiligen, äh, Opferalter ist, dass, äh, diese Dämonen, die wir beschwören, hier drin gelagert werden und wir dann irgendwo aufs Feld schicken können, wo wir wollen. Deshalb mach ich das mal. Du bist schwer befestigt, du bist schwer befestigt und, ähm, du bist, glaube ich, auch schwer befestigt. Ja, genau. So. Maschinenkult, bitte. Ach, ne, wir sind ja bei den Chaos Space Marines, da heißt das Ding ja Maschinengrube. Ne? Sie seht ja hier drin an, dass hier was drin ist. So. Ihr bereitet euch da vor. Da kommt schon wieder was durch. Oder auch nicht. Was kann ich für euch tun? Ihr seid schon verrückte Bastarde. So, Trupp Nummer 1. Ihre Fähigkeiten stehen euch zur Verfügung. Trupp Nummer 1. Langsam und bestätigt vorrücken. Wir sind die Zerstörer. Wir stoßen auf Widerstand. Und wieder Parias kommen an. Das Chaos saugt uns aus. Gut, Maschinengrube steht. Geißel. Wollen wir natürlich bauen. Weil Läufer sind stark, Läufer sind cool, Läufer sind, ähm, sexy halt. Bewegen sie ihre Truppen zwischen den... Das ist ja... Das kann man auch machen, ja? Oder bin ich jetzt gerade so doof, das gesehen zu haben? Wo komme ich denn da jetzt raus? Oder auch nicht. Boah, Geißel. Dann stolz hier mal los. Und ich will mal gucken, wie das funktioniert hier. Wo kommen wir dann jetzt nach? Okay. Schön, wie die Parias hier gleich durchkommen. Wird denen aber nicht allzu viel nützen. Wenn die auf unsere Base losstarten, dann wird ja eh hier alles umgesiebt. So, Energieschwerter und Plasmapistolen, damit die noch ein bisschen effektiver sind. Und hier ist alles in Ordnung. Das soll Team 2 bitte werden. Ist das jetzt auch Team 2? Hoffe ich mal. Und dann springt mal los. So, was passiert jetzt, wenn ich, äh... Monolithen. Sie scheinen derzeit zu ruhen. Aber das wird sicherlich nicht mehr lange so bleiben. Zerstört sie alle. Hört ihr auch diese Stimmen? Na, wo ist jetzt die Taste hier? Da. Machen sie der Monolithengruf den Erdboden gleich. Oh, oh. Da ist ein... Da... Oh. Ach du Scheiße. Vier Monolithen. Ja, da müssen wir eingreifen. Gut, dass wir hier sind. Ich schicke mal meine Bastarde los. Und jetzt haut die Necron-Krieger hier kaputt. Und seid mal nicht so eine Pussys hier. Wir sehen das Ziel. So, jetzt kloppt die Monolithen hier mal kaputt. Was ist denn mit euch? Ihr solltet springen. Ich fühle, wie der Warbraum mich überkommt. Es ist ein guter Schmerz. Und hackt auch mal, äh, zwischendurch auf die Phantome ein, bitte. So, erster ist kaputt. Weiter geht's. Wir sehen das Ziel. Wir werden sie niedermachen. Vernichten. Zerschmettern. Stück für Stück auseinandernehmen. Haut man doch lieber die Monolithen kaputt. Das ist mir dann doch sicherer. Und ich möchte einen Trupp mit Flammenwerfern ausrüsten. So, hier ist alles wunderbar ruhig. Die gammeln hier. Energiefäuste. Ja, warum nicht? Und Gesundheit aller aufstrebenden Champions erhöhen. Warum nicht? Was? Was war das gerade? Oder war das, weil hier der Monolith explodiert ist? Ich hoffe mal, weil das ist ja gruselig, wenn hier irgendwas explodiert. Ja, wir richten auch hier Nebelwerfer für die Transporter aus. Das ist mehr so eine unnütze, ähm, Dings. Aber gut, wir bauen's halt. Um den Tectry zu vervollständigen. Kümmert euch bitte um diesen Geschütztum da. Gauss Designatortum. Und wir sehen auch, dass die guten, äh, Raptoren nicht so widerstandsfähig sind. Weil die halt schneller sind. Was liegt denn da eigentlich? Ach, die Gruftspinne. Gut, dann können wir das auch getrost ignorieren. Und ja, das ist auch Quatsch eigentlich, aber damit wir den Tectry dann lose haben, bauen wir das halt. Wo kommen wir eigentlich hin, wenn wir jetzt hier weitergehen? Wir müssten doch eigentlich nur noch zu diesem Thermoplasma-Generator kommen und dann langsam hier runter. Und hier und hier und hier und hier und hier. Das kommt alles noch. Ja, genau, macht mal da ihren, euren Rabatz da durch und dann kommt ihr rum und dann unterstützt ihr Turm, ach, Turm, Trupp Nummer 1. So hab ich mir da jedenfalls gedacht. Wuh, ha, 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 ha. Die halten hier die Linie gut. Hier ist auch alles ruhig. Für die dunklen Götter. Äh, wir bauen ja mal eine Un... Ne, halt, stopp. Den haben wir ja schon. Wir könnten mal... Äh... Ein Dämonenaltar bauen oder so ähnlich. Tobt euch mal hier noch an den restlichen Energiekern aus. Und dann übernehmen wir langsam den Punkt hier und dann, äh, haben wir das auch schon fett gemacht. Haut drauf! Wir bauen jetzt hier mal, äh, unheiliges Kloster auf. Die Chaos-Rustkammer könnten wir eigentlich schon mal abreißen, wenn wir die jetzt nicht für irgendwelche Dinger benutzen würden. Und sonst ist hier alles in Ordnung. Jetpack-Booster. Verhöht die Schnelligkeit der Raptoren, da wir ja sowieso ein Raptoren-Team unten haben. Können wir das gleich mal einsetzen. Was kommt denn da? Ach. Ach, kack, Phantome kommen. Vor denen müssen wir nun am wenigsten Angst haben. Äh, was passiert hier? Das, äh, Ding wird gerade gebaut. Und dann sehen wir mal weiter. So. Ich glaube, soweit ist hier alles hinüber. Dann möchte ich euch bitten, diesen Kontrollturm, äh, Kontrollturm, Kontrollposten zu übernehmen. So, wo ist die Geißel? Ach. Ich möchte, dass jetzt mal alle hier geballt sind. Warum seid ihr infiltriert? Sag mal. Was seid ihr denn verhautigen? Wie habe ich das denn geschafft? Da seht ihr mal, wie gut ich mich hier auskenne. Ich habe meine Einheiten infiltrieren lassen, obwohl ich gar nicht weiß, wie das geht. Das ist sehr gut. So, das Ding ist bald hier fertig. Da pulsiert schon was hier. So. Wir halten das Gebiet. Äh, wir müssen mal das Fahrzeuglimit erhöhen. Und am besten auch noch das Truppenlimit. Dann können wir auch das hier erforschen. Verstärktes Energienetz. Warum nicht? Wir haben es ja dicke. So, hier ist alles gehalten. Dann würde ich mal sagen, schicken wir mal ein Ketzer runter. Die dunklen Götter wachen über uns. Sofern der Kollege das überlebt. Also wenn nicht, dann ist ja auch kein Problem. Wir bauen es für euch. Dann bauen wir halt einen neuen. Gegner. Wir brauchen Gegner. So, was, was, was wollen wir jetzt machen? Ach genau, der unheilige Opferaltar. Wo bist du denn? Wir brauchen erstmal Chaos-Munition. Unglaublich wichtig. Was können wir mit dem Opferaltar nochmal machen? Oh, der muss da lang. Ich würde mal sagen, geh mal hier durch. Mal sehen, was passiert. So, kann der jetzt hier raus? Kann das? Oh Gott, wo ist denn das Ding? Ich habe doch hier gerade so einen Eingang gesehen. Wollt ihr mich rollen? Wir müssen vernichten. Oder müssen wir da erst hinten surfen? Aber da können wir wohl nicht raus. Dann müssen wir den wieder rausziehen. Für die dunklen Götter. Und viel Glück, Ketzer. Vielleicht können dir meine Raptoren entgegenkommen. Falls nicht... Jo, das... Ja, das war dann wohl nichts. Das bedeutet, dass wir aber vorrücken. Weil wir lassen uns so einem Käse nicht gefallen. Wir sind die Zerstörer! Das ist der Weg in die Hölle. Zerstören! Zerstören! Wollt ihr, aber möchte ich viele Pariahs gerade? Und... Wenn mich nicht alles täuscht, sogar Extinktoren. Natürlich, wir erfüllen eure Wünsche. So, wir rücken langsam und stetig vor. Da ist noch ein Monolith. Die bringen mich aber heute auf die Palme, diese Monolithen. So, das ist auch ziemlich platt hier. Dat hier biet. Der Energiekern muss auch weg. Und, ähm... Jo. Noch eine dieser Necron-Ikonen. Zerstört sie! Dunkelheit verschleiert eure Augen und stumpft eure Sinne ab. Wir stehen unter Bescheid! Vor der Ikone des Gauklers sind wir wie tödliche Schatten, die sich eurer Sicht entziehen. Okay, das ist nicht gut. Äh... Ich möchte gerne wissen, wo wir da hinkommen. Müssen wir da unten durch? Äquies etnisch. Hoch kommen wir hier auf keinen Fall. Ah, doch, da. Ich frage mich immer noch, wie wir es geschafft haben, dass unsere Chaos-Space-Marines infiltrieren können. Das ist der Weg. Und haben wir eigentlich schon eine Dämonengruppe gebaut? Nee, ne? Nee, haben wir nicht. Ja, weil uns ein Ketzer fehlt. Deshalb. Äh, was immer ihr wünscht. Äh, wo platzieren wir das? Äh, 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 platzieren wir hier unten. Wir bauen es für euch! Einfach aus Platzgründen. So, rupt man hier langsam hoch. Ansonsten ist meine Geißel gleich hinüber. Und das war's auch für meine Geißel, weil ich hier zu lange gewartet habe. Aber das ist nicht das Problem. Kommen die bis da hinten hin? Tatsache. Wir sind die Zerstörer! Speerebolter sind echt geil. Wir sehen das Ziel! Ihr seht schon, warum ich die ausgerüstet habe, die ich spielen wollte. Und wir machen 17 Minuten. Verfickte Scheiße. Ich muss dann wieder abbrechen. Wir sehen uns. Bis gleich. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Bis gleich. Vielen Dank.